Wenn das mit den Derivaten klappt, sind 10 Euro oder 100 Euro, wie alle sagen, doch lächerlich. Die Frage ist nur, wann das passiert. Grüße aus München. Warten wir es ab, Leute. Warten wir es ab. Je mehr ich mich damit beschäftige, je mehr ich nachrecherchiere, umso mehr merke ich, wie ahnungslos wir eigentlich waren, wenn wir solche Gespräche geführt haben. Wenn der Derivate mag, wenn dies, wenn das. Also entweder, entweder können wir uns gar nicht vorstellen, wie hoch die Preise sein werden, oder es ist rein lächerlich, was wir hier andauernd machen. Mit diesem, ach, wenn dieser mag, wenn das, wenn die das erfüllen, wenn sie das erfüllen, warten wir einfach ab. Ich persönlich glaube ja an eine sehr starke Preisentwicklung. Darum glaube ich persönlich wirklich. Aber ich wiederhole mich noch einmal. Wie wird der Preis gebildet? Anhand der Coins, die in den Exchanges sind. Ist die Nachfrage groß und das Angebot kann diese Nachfrage nicht decken, geht der Preis hoch. Wird die Nachfrage noch größer und das Angebot verknappt noch stärker, dann geht das Ding to the moon. Simpel und einfach. Und klar, wenn so ein Riesenmarkt wie der Derivatemarkt oder wenn Tokenisierung auf anderer Ebene auch, muss ja jetzt nicht nur der Derivatemarkt sein. XRP geht, Ripple geht auch in Tokenisierung in ganz andere Bereiche. Sei es auch im Bereich NFTs oder sei es jetzt mit den Grundstücken, die gekauft worden sind. Wo war das jetzt schon wieder? In Kolumbien oder wo war das? In Südamerika auf jeden Fall hat ein Land jetzt die Zertifikate über die XRP-Ledger abgewickelt, sodass man einen Grundstückskauf in der Blockchain bzw. in der Distributed Ledger abbilden kann und nachweisen kann, dass es dein Eigentum ist. Und Tokenisierung von Assets gehen sie auch sehr stark in die Richtung. XDC macht das übrigens auch sehr, sehr stark. Das wird alles dafür sorgen. All diese Anwendungen, die werden dafür sorgen, dass wir eine Verknappung der XRPs haben werden. Wohin dann der Preis geht? Hey, Mond ist nicht das Ziel, sondern weit darüber hinaus. Gucken wir mal. Gucken wir mal, Leute. Es hat einfach Riesenpotenzial, dieses Projekt. Dann seien wir uns doch einfach einig, es hat Riesenpotenzial. Ob das Ganze so umgesetzt wird oder nicht, werden wir sehen. Registriere dich jetzt bei BitWavo und profitiere von den Vorteilen.